Herzlich willkommen zu dem zweiten Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist das zweite Video. In diesem Video soll es darum gehen, dass ich so ein bisschen Q&A mache. Also ich werde einfach die Fragen aus dem ersten Video beantworten in den Kommentaren. Ich werde auch auf die Kommentare allgemein eingehen. Und zum Schluss beantworte ich die meistgestellte Frage. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Die wird wahrscheinlich einige von euch interessieren. Bevor das Video jetzt aber losgeht, wollte ich mich noch einmal für den Kranken, also absolut Geisteskranken-Support auf dem ersten Video bedanken. Nach sieben Tagen die 10.000 Abonnenten erreicht und die fast 100.000 Aufrufe. Also ich glaube, das hätte keiner erwartet. Selbst ich bin nicht mal ansatzweise davon ausgegangen. Und ich finde, Raphael hat das ganz gut zusammengefasst. Und zwar, wie kann das sein? Jetzt sind es zwar 6.000 Abos, inzwischen sind es fast 12.000. Aber trotzdem, das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht so viele erwartet hätten. Und ich selber auch nicht. Und viele von den YouTubern haben es wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass das so krass abgeht. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, dass in Zukunft ich mithalten kann mit den Leuten, die meinen Kanal jetzt verfolgen wollen und Videos sehen wollen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ab ins Video. Wir befinden uns jetzt in Paulberger Hills und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Punkt. Und zwar sind das nicht direkt Fragen, sondern eher etwas anderes, sehr hilfreiches. Und zwar Tipps. Ihr habt in den Kommentaren unzählige Tipps dargelassen und ich würde jetzt auf jeden Fall auf ein paar eingehen oder mich auf jeden Fall dafür erstmal bedanken, dass ihr die Tipps dargelassen habt, weil Tipps sind wirklich die Möglichkeit, mich zu verbessern oder zu sehen, wo ich mich noch verbessern könnte. Und deswegen würde ich jetzt, wie gesagt, auf ein paar Tipps eingehen. Der erste Tipp, den ich bekommen hatte, der wirklich, wirklich praktisch ist und nochmal vielen Dank dafür ist, dass ich im Game Mode oder insgesamt die Game Modes nicht per Command unbedingt wechseln muss, sondern dafür auch noch es weitere Tasten gibt. Und zwar, wenn man F3 und F4 gleichzeitig gerückt hält, dann kommt man in so ein kleines Menü, wo man mit F4 zum Beispiel durchswitchen kann. Und so kann ich zum Beispiel ganz schnell zwischen Spectator, Adventure, Survival oder Creative Mode wechseln. Und das ist unheimlich praktisch. Also vielen, vielen Dank für den Tipp. So, der zweite Tipp oder eher eine Anmerkung, welche ich als Tipp aufpasse, ist, dass meine Tastatur ein wenig zu laut war. Das Ganze, da muss man nicht wirklich hinhören. Ich glaube, das hört man auch so ganz gut raus, dass sie ziemlich laut ist. Es ist tatsächlich einfach nur eine mechanische Tastatur. Das heißt, sie ist einfach ein bisschen lauter, wenn man sie runterdrückt. Das Ganze habe ich jetzt aber versucht, in diesem Video zu fixen, indem ich einfach ein bisschen Hintergrundunterdrückung angestellt habe. Ich hoffe, dass es in diesem Video besser ist. Ansonsten kümmere ich mich um eine weitere Lösung oder um eine andere Lösung in Zukunft. Als nächstes kam noch der Tipp, was auch wirklich ein guter Tipp ist, dass ich Hintergrundmusik in meine Videos packe. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es gibt auf jeden Fall jetzt Hintergrundmusik in den Videos. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr Stimmung in die Videos bringt. Und ja, wie gesagt, ein sehr guter Tipp und vielen Dank nochmal dafür. Kommen wir als nächstes zu, ja, es sind keine Fragen gewesen, aber eine Sache, die auf jeden Fall jetzt auch in letzter Zeit verhäuft in den Kommentaren gewesen war. Und zwar das Thema Sue und das Handicap oder dass ich seine Sachen weggenommen habe. Und ja, ich habe Sue seine Sachen weggenommen, das stimmt. Also das kann ich gar nicht bestreiten oder irgendwas, das wisst ihr auch alle. Seine Sachen sind wirklich weg. Ich habe sie ihn weggenommen. Er hat zudem noch ein Handicap bekommen, wo er seine Sachen auch noch wieder erschwert wiederbekommt. Also nicht wirklich wieder seine Sachen wiederbekommt, aber allgemein Sachen wieder schwerer wiederbekommt. Hier will ich einmal sagen, dass es teils meine Schuld ist, dass er die Sachen verloren hat, weil ich ihm, so gesagt, geholfen hatte, seine Sachen im End wiederzubekommen, nachdem er gestorben war. Durch, es war kein Bug, aber es war auf jeden Fall eine sehr unglückliche Situation. Und ja, wie gesagt, ich möchte auch nochmal ganz klar, so gesagt, sagen, dass das Handicap nicht von mir kommt, sondern das kommt von der Person, die sich bei mir gemeldet hatte. Wenn es nach mir ginge, dann hätte Sue seine Sachen gar nicht verlieren müssen. Ich hatte ihm ja auch geholfen, seine Sachen wiederzufinden. Und er hätte von mir auch gar kein Handicap bekommen. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ich würde sagen, ich stehe da wirklich voll hinter Sue. Meiner Meinung nach hat er das Handicap auch wirklich nicht verdient. Ich glaube, da seid ihr auch meiner Meinung. Deswegen müssen wir ganz schnell, oder ich kann da ja nicht helfen, ich weiß ja, wer die Person ist, aber es muss ganz schnell die Person gefunden werden, die dahinter steckt, damit diese überzeugt werden kann, dass Sue vielleicht seine Sachen wiederbekommt oder dass wenigstens das Handicap entfernt wird. Deswegen, das wäre sehr praktisch. Ich hoffe, das Ganze klärt sich einfach auf. Wichtig ist halt wirklich, ich bin auf Sue's Seite. Ich habe, wie gesagt, auch Teilschuld, da ich ihm geholfen habe. Trotzdem kann ich Sue halt seine Sachen nicht einfach so wiedergeben, falls ihr das jetzt denkt oder so. Jeder auf der Insel sollte ihm dabei helfen, die wiederzubekommen. Und ich glaube, gemeinsam wird das auch kein Problem, dass Sue dann wieder seine Sachen wiederbekommt. Und nein, es war kein Prank von mir. Also, guter Versuch. Aber ich glaube, so fies und so böse bin ich jetzt auch nicht. Klar, ich spiele ab und zu mal Pranks, aber das wäre schon, glaube ich, eine Nummer zu weit. Kommen wir zu einer weiteren Frage oder diesmal wirklich einer Frage und zwar, wie wird man atmen? Also, das ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Slash, OP und dann halt den Namen eingeben. In dem Fall LXKPZ, das ist mein Ingame-Name. Und dann seht ihr, ja, ich bin jetzt schon Operator, das heißt, nichts hat sich verändert und jetzt bin ich atmen, in der YouTuber und jetzt kann ich rumfliegen, kann mein Game-Mode ändern. Also, ich könnte jetzt auch in Spectator-Mode gehen oder irgendwas anderes, deswegen. Ja, genau, so werdet ihr atmen, also ganz einfach beantwortet. Ein Spaß. Also, so einfach geht das natürlich nicht. Es steckt schon ein bisschen mehr dahinter und ich werde jetzt natürlich nicht alles verraten oder kann ich auch gar nicht den ganzen Hintergrund. Aber, wie kann ich das am einfachsten sagen? Ich sage es mal so, man muss Glück haben und ihr müsst euch damit auskennen, wie man zum Beispiel so einen Server aufsetzt, so einen Minecraft-Server, wie der auch performant ist und wie man zum Beispiel Plugins oder Mods installiert. Ich glaube, das ist die Grundbedingung dafür. Wichtig ist aber auch, ihr müsst am besten auch die Leute kennen, die dann auf dem Server spielen wollen. Also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Server aufsetzt und aber die Person, die diesen Server braucht, euch gar nicht kennt oder sowas, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Deswegen, das ist so eine Mischung aus Glück und Können. Und wenn ihr das beides beherrscht, dann ist es trotzdem nicht zu 100%, dass ihr so ein Admin werdet. Das Einzige, warum ich wirklich der Admin bin, ist, weil ich diesen Server aufgesetzt habe und diese Berechtigung hier auf diesem Server habe. Ich hoffe, damit konnte ich eure Frage beantworten. Und ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also, wieso spielst du nicht selber mit? Oder könntest du mal selber mitspielen? Das ist an sich eine gute Frage oder ein guter Punkt. Und der ist aber auch so ein bisschen logisch, warum ich das nicht machen kann. Und zwar macht es ja nicht wirklich Sinn, wenn ich selber mitspiele, da ich mir prinzipiell einfach alles cheaten könnte. Und klar, ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht machen oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht machen würde, wenn ich mitspielen würde. Trotzdem könnte auch nur ich sehen, wenn ich mir etwas cheate. Also, keiner könnte noch aufpassen, ja, dass ich mir irgendwas aus dem Creative holde oder irgendwas. Deswegen, ich bleibe lieber im Hintergrund. und sorge für Recht und Ordnung. Und vielleicht, vielleicht kommt dann irgendwann die Zeit, wo ich selber mitspiele. Das werden wir dann aber in Zukunft sehen. Die nächste Frage ist eine, finde ich, sehr wichtige Frage. Und zwar, wann kommen Videos? Das ist eine ziemlich gute Frage und ich kann sie noch nicht vollständig beantworten, muss ich dazu sagen. Dafür einmal über mich. Also, ich bin 19 Jahre alt. Für die, die es noch nicht wussten, ich studiere Informatik. Und nebenbei bin ich halt, wie gesagt, der Hardmin auf der YouTuber-Insel und arbeite nebenbei auch noch selber in einem Unternehmen. Deswegen, ich habe tatsächlich nicht so viel Zeit in meiner Freizeit. Deswegen ist mein Ziel im Moment, ein Video pro Woche hochzuladen. Und ich hoffe, dass ich das zeitlich einfach schaffe. Ich werde mir aber in nächster Zeit auf jeden Fall überlegen, wie ich es schaffe, mehr hochzuladen. Im Moment mache ich halt, wie gesagt, alles selber. Das heißt, ich mache Thumbnail selber, ich cutte selber und die Videos aufnehme, tue ich natürlich auch selber. Und das Ganze nimmt doch schon ein bisschen Arbeit in Anspruch. Deswegen muss ich mir noch was überlegen, wie ich das genau lösen kann. Oder ob ich vielleicht einfach schneller werde in dem Ganzen. Oder besser. Natürlich werde ich besser, je mehr ich es mache. Deswegen vielleicht, vielleicht kommt in Zukunft mehr als ein Video pro Woche. Aber erstmal belasse ich es dabei und hoffe, hoffentlich werden diese Videos dann qualitativ hochwertiger. Da es jetzt noch ganz gut dazu passt, kam letztes Mal auch die Frage, welche Software ich zum Cutten benutze. Und ich benutze es einfach bei allem, also auch beim Thumbnail oder anderen, benutze ich die Adobe Sachen. Also in dem Fall Premiere Pro zum Cutten und Photoshop zum Thumbnail machen. Also zum Bilder bearbeiten. So, ich bin mittlerweile hier bei einem neuen Ort. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber ich glaube, der ist von Elina, Plauschi und Easy Cheesy. Aber das könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist deren neue Start. Kommen wir aber jetzt direkt zur nächsten Frage. Und zwar, was für Content kommt als nächstes? Um diese Frage zu beantworten, hatte ich euch ja extra gebeten im letzten Video, dass ihr in den Kommentaren einfach schreibt, was ihr für Videos gerne sehen wollt. Und da waren wirklich einige Guter dabei und die würden wir uns jetzt einfach mal angucken. Okay, das Erste ist, ich habe eine Idee für ein Video. Und zwar kannst du ein Video machen, wenn jemand gebannt wird. Ich glaube, das spielt daran an, dass ich einfach mal, wenn jemand gebannt wird, selber aus meiner Perspektive ein Video mache, wie das Ganze von meiner Seite abläuft und welche Gedanken ich mir zum Beispiel dabei mache, wenn ich eine Person banne. Das Ganze wird ja nicht einfach so aus Lust und Laune gemacht. Als nächstes haben wir Luis. Und zwar, Hallo Lukas, wie wäre es denn mal, wenn du den Spawn, also Candys alte Stadt, mal verschönerst oder reparierst? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, er sieht ja nicht wirklich schön aus. Und vielleicht übergebe ich die Aufgabe ja sogar an einen YouTuber, der das denn für mich macht. Ich möchte nämlich nicht so viel ins Spielgeschehen eingreifen. Und das mit Sioux, da als ich ins Spielgeschehen eingegriffen habe, das war ja auch so ein bisschen, ist ja nach hinten losgegangen. Deswegen gucke ich mal, vielleicht übergebe ich die Aufgabe an einen YouTuber, dass er die verschönert. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall dringend nötig. Als nächstes haben wir Yoshi. Und zwar sagt Yoshi, Video-Idee für den besten Admin. Vielen Dank dafür. Aber trolle ein paar YouTuber-Idee. Und natürlich nicht zerstören, in Klammern auch sehr wichtig. Ich möchte ja niemanden wirklich hier schaden, indem ich ihn trolle. Aber ich glaube, so ein, zwei Leute habe ich schon im Auge, die man auf jeden Fall trollen könnte. Und ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall machen. Als nächstes haben wir TJ Crafter. Und zwar schreibt TJ Crafter, Könntest du mal PvP spielen? Also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich bin gar nicht so schlecht im PvP. Also, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich bin jetzt aber auch nicht der Beste. Und ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt sehen wollt, wie ich, keine Ahnung, von anderen Leuten komplett hochgenommen werde. Oder deswegen. Mal gucken, ob es eine Video-Idee wird oder nicht. Und ja. Also, aber trotzdem eine gute Idee und vielen Dank. Als nächstes haben wir hier Christos. Und zwar schreibt Christos, Was cool wäre, 24 Stunden YouTube-Gespräche hören. Also, ich schätze mal, du meinst, dass ich hier 24 Stunden mich auf die Lauer lege und irgendwelche anderen YouTuber belausche. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich 24 Stunden durchhalte. Aber ich glaube, da lässt sich auf jeden Fall was machen. Und ich habe da auch wieder hier ein paar Kandidaten im Blick, die auf jeden Fall ein bisschen aktiver spielen, wo ich auch ein paar mehr Minuten oder mehr Stunden denen zuhören könnte. Mal gucken, ob ich da irgendein Geheimnis erfahre oder irgendwas anderes. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und die kriege ich bestimmt auch umgesetzt. Kommen wir jetzt aber zu dem letzten Kommentar. Und zwar ist der von David. Und zwar, David geschrieben, Hi Lukas, ich fände es cool, wenn du mal einen Tag als Admin zeigst. Also, was du machst, auf welcher Oberfläche das Ganze stattfindet und so weiter. Das ist ein sehr, sehr cooler Vorschlag. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob das Ganze so spannend ist. Ich möchte zwar nicht zu viel verraten, aber die Tage kommt was auf euch zu, wo ihr auf jeden Fall die Oberfläche sehen werdet. Also, die Oberfläche, wo ich das Ganze administriere und wie das Ganze aussieht. Wenn ihr euch das wirklich wünscht, dann kann ich auch mal ein Video darüber machen, wie das Ganze so direkt im Hintergrund aussieht. Also, jetzt nicht in Minecraft, sondern auch außerhalb von Minecraft. Aber das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne ein Video darüber haben wollt. Wir sind jetzt wieder hier am Anfang und jetzt kommen wir zu der mit Abstand meistgestellten Frage in den Kommentaren. Und zwar, wie kommt man auf die YouTuber-Insel? Das Ganze ist gar nicht mal so schwer, wie ihr wahrscheinlich denkt. Natürlich müsst ihr einige Sachen vorab erlegt haben, wie zum Beispiel, ihr braucht die Java-Version von Minecraft. Also, das ist die Version, auf der der Server läuft. Und ihr braucht die Version 1.20.2 in Minecraft. Das sind eigentlich auch schon die einzigen Bedingungen, die ihr braucht. Und zwar ist das Ganze gar nicht so schwer, auf den Server raufzukommen. Wie gesagt, wenn ihr die Bedingungen erfüllt habt, müsst ihr nur noch eine Sache machen. Ups, ich glaube, das wollte ich hier gar nicht hinmachen. Aber das Einzige, was ihr wirklich machen müsst, ist, ja, ich glaube, das zeige ich euch einfach am besten, indem ich das selber einmal vorführe. Und zwar einfach wieder einmal hier zurück ins Menü. Hier seht ihr eure Server und beispielhaft löschen wir jetzt einfach mal diesen Server. Also, das ist jetzt die YouTuber-Insel, ist gerade niemand online. Aber ich lösche den jetzt einfach mal. Und, ja, er fragt nochmal nach, ob ich das wirklich löschen möchte. Ja, wir löschen das in dem Beispiel-Fall. Und hier könnt ihr einen neuen Server hinzufügen. Also, auf Server hinzufügen, da geht ihr einmal rauf. Da müsst ihr dann einfach Namen eingeben. Das ist eigentlich relativ egal, was ihr da macht. Also, ich sage jetzt einfach YouTuber-Insel 2 wieder. Und das Wichtigste ist, hier einmal die Server-Adresse hinzugeben. Und die Server-Adresse ist einfach nur YouTuber. Also, YouTuber-Insel.grewgrowth.de Und wichtig ist, ich blende hier nochmal ein, wichtig ist, dass ihr diese Adresse eingebt, weil mit einer anderen kommt ihr natürlich nicht auf den Server. Das Ganze könnt ihr überprüfen, ob das funktioniert hat, indem ihr einfach auf Bestätigen drückt, also Fertig drückt. Und dann seht ihr hier diese Insel, seht hier die Slots, auch 40. Und auf das Ganze könnt ihr dann einfach raufdrollen. Und wir sind drauf, auf der YouTuber-Insel. Ja, jetzt seht ihr da unten links noch, hier ist der Visible. Das ist meine typische Nachricht, die jedes Mal kommt. Er ist der Invisible, also ich bin auch unsichtbar. Das ist die typische Nachricht, die bei mir kommt, wenn ich den Server beitrete, weil ich ja im Super-Vanish bin. Ja, wie gesagt, ihr müsst aber bedenken, dass nur eine bestimmte Anzahl an Leuten auf den Server können. Also, ich glaube, es waren 40. Könnt ihr ja gleich nochmal, also ihr habt das bestimmt eben gesehen. Ich glaube, es sind 40, die rauf können. Und wichtig ist auch, wenn ihr hier raufkommt, dass ihr euch wirklich an die Regeln haltet und keine anderen Leute oder YouTuber ärgert oder nervt, weil die machen auch nur ihren Job. Die machen Videos hier. Und wenn ihr da die ganze Zeit nervt oder irgendwie hier was kaputt macht oder sowas, das wäre halt, also, dann kümmere ich mich halt darum, dass ihr gebannt werdet. Aber wenn ihr euch an alles haltet, dann könnt ihr natürlich auch Spaß haben auf der YouTuber-Insel und ihr könnt, ja, auch die anderen YouTuber mal kennenlernen. Natürlich jetzt nicht irgendwie nerven oder sowas. Ihr habt auch automatisch hier einen Voice-Chat, mit dem ihr miteinander reden könnt oder auch mit den YouTubern. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr euch an alles haltet, viel Spaß auf der YouTuber-Insel und viel Spaß auch beim Erkunden. Und hoffentlich baut ihr auch schöne Häuser hier auf der YouTuber-Insel. Vielleicht sogar in Paulberger Hills. Mal sehen. Ja, so einfach ist das Ganze auch. Und, ja, ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spaß auf der YouTuber-Insel. Wie gesagt, benehmt euch und ansonsten muss ich dagegen etwas machen. Warte mal, habe ich gerade die Serveradresse gelegt? Nein, das Ganze war natürlich nur ein Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer mir geglaubt hat, bis hierhin oder wer direkt wusste, dass ich euch natürlich hier nur einen Prank mache. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr versucht habt, den Server zu erreichen mit der Serveradresse. Und schreibt auch sehr gerne mal in die Kommentare, was denn passiert, wenn ihr es versucht. Und wenn ihr es noch nicht probiert habt, könnt ihr auch gerne nochmal ausprobieren, was passiert. Ich glaube, das Video zu teilen, um zu gucken, wie eure Freunde reagieren, wenn sie vermeintlich auf die YouTuber-Insel joinen wollen, ich glaube, da könnt ihr auch eine gute Reaktion bekommen oder so oder die mal pranken. Deswegen teilt das Video gerne mit den Freunden und mal gucken, wer auf das Ganze reinfällt und wer nicht. Ja, aber Spaß beiseite. Die richtige Antwort auf diese Frage ist noch gar nicht. Und was meine ich mit noch gar nicht? Es wird genau wie bei der YouTuber-Insel 1 eine Bewerbungsphase geben, wo eure Bewerbungen angeschaut werden und sich dann für einzelne Leute entschieden wird. Wer diese Leute sein werden, entscheide nicht ich oder eher gesagt nicht ich alleine, sondern alle auf der Insel. Natürlich könnt ihr schon Videos hochladen und ich habe auch schon einige vielversprechende Videos oder eher gesagt Bewerbungen gesehen. Also mal gucken, was noch kommt. Den genauen Zeitpunkt der Bewerbungsphase weiß ich außerdem auch selber noch nicht, aber ihr werdet es erfahren, sobald es soweit ist. Damit würde ich mich aber auch schon aus diesem Video verabschieden. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und vergesst natürlich auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu überpassen. Mal sehen, was auf euch noch auf jeden Fall in Zukunft noch auf euch zukommt. Und wer bisher bis hierhin geschaut hat, also bis zum Ende, schreibt gerne einmal YouTube-Insel, also Hashtag YouTube-Insel. Ich blende es hier nochmal ein. Hashtag YouTube-Insel in die Kommentare und die Personen oder die Personen, die das schreiben, die kriegen auf jeden Fall ein Like von mir. Dafür, dass ihr hier auf jeden Fall das Video bis zum Ende geschaut habt. Und damit würde ich mich verabschieden und bis zum nächsten Video.